Joshua Kimmich spielte früher in der Jugend der FB Stuttgart, durchlief die Jugendmannschaften des Klubs .2015, dann der große Schritt zum FB Bayern München, aus dem kleinen Joshua wurde ein Fußballstar, in Bild gibt's die Exklusivserie mit dem zweifachen deutschen Meister, hier Teil 1 So wurde Kimmich zum Fußballstar. Bis zum nächsten Mal.